Power-Webinar am NIFI Tirol. In zwei Stunden probieren wir einfach Praxis-Themen weiter zu bekommen und euch mit Input zu versorgen. Natürlich können wir nicht live kochen, was viel schöner wäre, aber ich denke ich habe jede Menge spannende Tipps und Tricks für euch, wo man ganz einfach wieder das Optimum aus jedem rausziehen kann. Beim Dekorieren und Anrichten gibt es jede Menge Entwicklungen zurzeit und genau die schauen wir uns an. Es muss nicht immer verdammt viel am Teller sein, oft ist es wenige, das was es besonders macht und hier denke ich haben wir jede Menge Ideen, wo man euch wieder in ein zwei Stunden auf neue Gedanken bringen kann.